Schöner, grüßer, grüßer, grüßer Punkt. Kannst auch mal voll drauf, was macht er? Was wollen wir, abziehen? Natürlich! 300 Meter. Über. Sieht ganz schön leicht, oder? Okay, er läuft schon weg. Jetzt zieht sie wieder hoch. Hat er jemand drauf abgesetzt, Jussi? Wen? Einen Typen, er läuft. In welcher Richtung? In welche Richtung? In Richtung Lager. Kannst du ihn abziehen, jetzt? Ich habe keine Sicht mehr auf ihn. Was, echt nicht? Nein. Jetzt müsstest du vielleicht... Aber... Lass die Lasse jetzt dann wegfliegen, die Hunde später. Also ich habe ziemlich gute Sicht. Ich glaube, der Typ hat eine M4 SD. Ich habe ihn eben einmal ganz kurz gesehen. Was? Der um Helikopter oder? Also ich habe perfekte Sicht um Helik. Ich könnte theoretisch den Piloten rausschießen. Ja, dann versuch doch. Ne, dann weiß er, dass du da bist. Ja, das wissen Sie beiden, Fähne. Wo sind Sie? Du sitzt so, oben auf dem Berg? Ich sitze direkt südlich von dem Lager. Scheiße, genau südlich von dem Lager. Was macht er jetzt? Er geht wieder runter. Er landet. Er holt ihn wieder ab. Oder? Okay, dann warte. Ich weiß nicht. Ich sehe nicht. Wenn du ihn abziehst, dann gehen beide drauf wahrscheinlich. Oder kommen wir mit einem Fallschirm runter. Ja, aber jetzt ist er ja gelandet. Komplett gelandet? Ja. Ich kann den Piloten aber nicht sehen. Scheiße, du hast eine kackt Position. Also ich... Es ist zu weit weg. Soll ich jetzt schießen oder nicht? Wenn du einen erwischst, kannst du versuchen. Aber wenn du genau südlich bist, dann ist es kacke. Dann läuft er zu uns. Aber ist egal. Ist das Bullet noch im Auto dran? Ähm, im Heli? Ich schätze. Soll ich jetzt? Soll ich? Ja, wenn du triffst, dann mach. Soll ich schießen? Ja. Oder ich... Feuer eröffnen. Was, ich? Feuer eröffnen. Oh, Kevin, diese halbvollen Magazine, ne? Mach weiter. Zieh der ab, oder? Ja, was ist mit dem anderen jetzt? Ist der noch der andere, oder? Tot. Okay, klasse. Wir haben gerade die beiden Admins getötet. Was, beide? Kevin, halt den Heli, halt den Heli in Auge. Ey, ich seh nix mehr. Dann werden sie herkommen. Der wird auf dem Gunnerer sitzen und dann wird er uns abziehen nachher. Richtig. Wenn wir nicht weg sind. Ja, dann sollten wir uns beiden, dann sollten wir fängst das Lager loben. Jo, M4A1CCOSD. Nimm mit, nimm mit. Soll ich auch rüberkommen? Boah, Alter. Ich hab ein großer... M9SD Magazine. Da sind noch drei Stück drin, da kannst du dir noch welche nehmen mag. Ja, ich komm auch rüber. Wer hat das Schadfschutzengewehr? Ich. So. Scheiße, Mann, ich will die M4 nicht mitnehmen. Kommt gleich wieder zurück. Bist du irgendwas? M4A1CCOSD. Hinten ist was, Jussi? Hinten ist was? Ne, das bin ich. Achso. Boah, Alter. Ich loote das Lager jetzt. Wo? Kevin, Eingang bewachen. Welchen? Den Vorderen. Welche Richtung? Und einer. Sie sind ausgestiegen, Mann. Ich glaube, ich kann sie nicht durchschießen. Ich schießen hier. Ich? Durch das Gitter kannst du nicht durchschießen. Ich komm nicht raus. WTF? Bewacht den Vorderen Eingang. Ich glaube, ich bin hin. Warte, ich wurde getroffen. Wo sind die denn? Wer schießt? Ich brauche unbedingt irgendwas... Ich weiß nicht, wo sie schießen. Nein, 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 nein. Ich brauche eine Bandage. Ich habe ihn gesehen, habe ihn gesehen, habe ihn gesehen. Oh. Bandage. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Scheiße. Ich mache eine Bandage, ich mache eine Bandage. Justi, jetzt liegt es an dir. Ich kann dir nicht helfen, Marc. Ich bin sowieso hin, Alter. Hab ihn. Du hast der einen. Du hast da. Tja, Justi, mit mir ist es aber auch gleich vorbei, ne? Oh, scheiße, Alter. Ja, dann lass doch. Justi kann das Zeug alles in Heli einladen und holt er uns wieder ab. Ja, super. Ich bin aber auch fast tot, Junge. Vielleicht habe ich es noch. Das wird ein ganz knappes Spiel. Also, jetzt ist er tot. Was, du bist tot, Justi? Nee, nee, er ist tot. Wer beide? Bullet auch? Nein, Bullet fliegt noch im Hebel. Ich bin gerade dabei, mich zu verbinden. Ich bin nicht dabei, mich zu verbinden. Justi, sonst schnapp dir die Dings. Oh, also ich habe mich verbunden, Digga. Oh Gott. Marc, hast du ein Blutpaket? Ja, ich habe ein Blutpaket. Ich gebe dir eins und du gibst mir eins. Dann haben wir nur Chance. So, jetzt schnapp dir die... Die M249. So, ich gebe dir eins. Ich die auch. Jetzt gibst du mal. Elektro. Sehr gut. Zieh der ab. Pass auf, Zombies. Ja, halte sie mir vom Hals. Bitte. Warte, ich muss noch was essen. So, jetzt. Okay. Okay, warte. Ich fuhl mir mal schnell Kevin's M249. Ja, ne, ne. Also, ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Mit seinem Scheiß. Ich auch. Nicht den Heli, sondern den Piloten habe ich einmal getroffen. Vielleicht die am Koffer, aber auf jeden Fall, als ich ihn getroffen habe, ich habe es gesehen. Und danach ist er hochgezogen, bevor du geschossen hast. Was hältst du davon, wenn du einen Luftkampf machen? Er ist jetzt ohne Gunner. Ja, wieso macht das doch wenigstens? Ist doch die einfachste Methode. Ich kümmer, wie weit unser Heli aussieht. Versuch dich an Gunner Platz von dir nicht zu setzen. Dann hast du eine Chance. Siehst du das ja, ne? Ja. Ich habe auf jeden Fall geschossen. Die Instrumente und der M-Rotor, also der Main-Rotor ist ein bisschen kaputt. Woran siehst du das? Ich sitze im Gunner drin. Was denn? Das sieht er bei unserem. Er dreht ab. Schließt du? Hast du aufgenommen, Jussi? Ja, klar. Perfekt. Zuck ab. YouTube wird uns lieben. Alter, was ist denn heute los? Das ist das.